Hallo und herzlich willkommen bei Pawel Kaplan Digitale Fotoschule. Heute bin ich gerade in der Wüste mit meinem treuen Begleiter Hugo. Natürlich ist Olga auch dabei, sie steht aber hinter der Kamera und heute geht es wieder mal um kreative Urlaubsfotografie. Ich hoffe, Sie haben schon meine DVDs, Kunstwerke aus den Urlaubsfotos 1 und 2 gesehen und haben gesehen, dass man überall auf der Welt was Schönes entdecken kann. Jetzt habe ich gedacht, ich fahre, ich mache mal einen kleinen Ausflug in die Wüste, einfach mal am Wochenende, die Wüste ist in der Nähe und da machen wir so eine Szene, ein Wanderer, der gerade in der Wüste angekommen ist und hat nichts gefunden. Also ist es absolut trostlos. Wir haben unser Skelett teilweise mitgebracht. Das war sowieso eine interessante Geschichte. Er sollte durch die Zollkontrolle und ja, da wurde natürlich gefragt, was das ist und dann haben wir gesagt, wir sind Fotografen, wir dürfen das und dann war das okay. Also das war ein großer Gelache bei der Sicherheitskontrolle am Flughafen. Naja, ich habe auf jeden Fall folgende Geschichte ausgedacht. Ich werde mich jetzt umziehen, so à la Indiana Jones und wir haben hier einen Hügel entdeckt, wo noch keine Fußspuren sind. Das ist natürlich extrem wichtig. Sonst haben wir den Eindruck, ja okay, das ist zwar eine Wüste, aber hier sind überall die Menschen schon rumgelatscht und ja, wirkt irgendwie nicht so authentisch. Ich werde safarimäßige Klamotten tragen, nicht so wie jetzt und dann werden wir den Hugo beziehungsweise die Teile von ihm auf der Hügel auslegen und dann eine Szene nachbauen, wie gesagt, also à la Indiana Jones in der Wüste. Also es soll richtig schön sein. Wir haben gerade die Uhrzeit ausgesucht, also örtliche Zeit ist gerade 7.20 Uhr. Die Sonne kommt raus und dann werden wir fotografieren. Die Technik, die ich benutzen werde, kann ich gleich kurz erklären. Also ich habe jetzt die Kamera noch im Rucksack, damit kein Sand reinkommt. Also wir fotografieren mit Canon EOS 5D Mark II und wir benutzen Makroobjektiv 100 mm, weil mit diesem Objektiv werden wir richtig schöne Porträtaufnahmen machen können. Das ist die erste Version. Die zweite Version ist das Objektiv 17 bis 40, also praktisch so ein Weitwinkel-Zoom. Mit dem werden wir etwas schrägere Aufnahmen machen und dann haben wir hier noch mal ein Objektiv mitgebracht. Das ist Fisheye 8 bis 15 mm, auch von Canon. Also mit diesen drei Objektiven werden wir arbeiten und dann werde ich Ihnen zeigen, was aus den Fotos geworden ist. Gut, dann würde ich sagen, ich ziehe mich um. Hugo legt sich jetzt in den Sand und ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Anschauen dieses Videos. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Jetzt möchte ich Ihnen zeigen, eine kleine Postproduktion in Camera Raw. Wie das ganze Bild entstanden ist, können Sie auf meinen DVDs schauen. Kunstwerke aus den Urlaubsfotos 1 und Kunstwerke aus den Urlaubsfotos 2. Dort zeige ich sehr viele Bearbeitungstechniken, wie man zum Beispiel aus so einem Bild so etwas machen kann. Aber das, was wir jetzt in Camera Raw machen, machen das jetzt die halbe Miete und da können Sie wirklich schon sehr viel an der Postproduktion erreichen. Die Feinheiten, die müssen natürlich in Photoshop gemacht werden, aber das, was aus Camera Raw letztendlich rauskommt, kann sich schon sehr gut sehen lassen. Ich öffne jetzt dieses Bild in Camera Raw. Das ist jetzt auch mein Favorit. Aus dem habe ich jetzt Indiana Jones and the Bones Bild gemacht. Und hier werden wir jetzt Folgendes machen. Auf jeden Fall werde ich erst mal die Klarheit erhöhen. Die höhere Klarheit gibt mehr Kontraste, speziell im Gesicht und an den Kanten. Auch bei dem kleinen Schädel sieht das alles ganz gut aus. Und das ist ganz wichtig, dass wir die Klarheit sehr stark anheben. Dann werden wir Kontraste auch erhöhen. Und Sie sehen, das Bild bekommt so einen Filmlook. Also das sieht aus wie eine Szene aus Star Wars. Nicht zuletzt, weil wir letztendlich in einer Wüste fotografiert haben. Das Licht an früherer Stunde ist immer sehr grell, immer rötlich und das passt für unser Thema jetzt sehr gut. Dann werde ich auf jeden Fall Dynamik erhöhen. Dynamik können sich hier bis 30, 40 erhöhen. Das sieht schon mal super aus. Und dann schauen wir, ob wir vielleicht die Belichtung leicht reduzieren können und im Gegenzug Aufhelllicht anheben. Ich würde vorschlagen, dass wir bei Belichtung minus ein Viertel oder minus 0,25 und Aufhelllicht 10 bleiben. Dann gehen wir ganz vorsichtig zu der Gradationskurve und im Bereich Parametrisch werden wir jetzt noch ein paar kleine Anpassungen machen. Ich werde jetzt die Lichter leicht reduzieren, damit der Schädel, die Knochen etwas dunklere Farbe bekommen, weil später im Photoshop werden sie mit Struktur überlagert. Das ist ganz wichtig, dass sie nicht ganz weiß sind. Hellere Farbtöne können wir auch leicht abdunkeln. Dunklere Farbtöne können wir leicht aufhellen. Und die Tiefen gehen jetzt zurück, damit wir mehr Kontrast bekommen. Sie sehen also speziell hier, in Falten und an kontrastreichen Stellen wird das richtig interessant. Sie haben gesehen, hier die Kurve hat jetzt so eine Form, also praktisch zwei Bäuche, einmal oben, einmal unten. Das passt ganz gut. Jetzt werde ich nochmal zurück zu den Grundeinstellungen gehen und vielleicht noch ein bisschen Kontrast erhöhen. So. Licht kann ich vielleicht doch ein bisschen mehr reinlassen, ungefähr so. Und jetzt denke ich, mit der Belichtung und mit den Farben haben wir so gut wie geschafft. Jetzt gehe ich zu der Palette HSL Graustufen und hier wird das richtig lustig. Ich gehe jetzt erstmal zu der Luminanz und werde die Farben des Himmels abdunkeln. Speziell Blau wird jetzt zurückgesetzt, Aquamarine auch, weil Himmel hat Blau- und Aquamarine-Anteile und hier können wir auch Sättigung von Blau und Aquamarine leicht erhöhen. Wir haben hier so eine unschöne Kante jetzt, aber das macht nichts. Die können wir dann später bei der Postproduktion in Photoshop wegkriegen. Ich mache jetzt noch Folgendes. Ich werde jetzt selektive Korrekturen in dieses Bild einbauen und zwar mit dem Verlaufsfilter, einmal von oben nach unten. Hier werde ich auf jeden Fall die Farbe auf Blau setzen, irgendwas zwischen CERN und Blau. Vielleicht nicht ganz so intensiv. Und dann werden wir die Belichtung zurücksetzen. Dann bekommen wir einen sehr angenehmen Verlauf in dem Himmel und die Sättigung kann ruhig ein bisschen zurückgesetzt werden. Sonst wird das einfach zu viel. Dann werde ich noch ein Verlaufsfilter von unten nach oben machen. Dazu werde ich jetzt auf Neu klicken. Ich mache jetzt so einen Verlauf. Das sind jetzt natürlich die gleichen Werte. Die werden wir jetzt abnullen. Und die Farbe wird jetzt hier auf Rot-Gelb verändert, ungefähr auf Orange. Sie sehen, das hat gleich so eine richtig stimmige Farbe. Und hier können wir schauen, ob wir die Belichtung ein bisschen erhöhen. Die Sättigung auch. Und die Klarheit können Sie auch hier in diesem Bereich erhöhen, damit die Struktur des Sandes besser zur Geltung kommt. So, jetzt haben wir fast alles erreicht. Ich würde noch mal Kontrast leicht anheben. Herrlichkeit noch ein bisschen zurück. So, bitteschön. Jetzt haben wir das Bild. Die Postproduktion in Kamera Roh ist somit beendet. Dann werde ich noch ein paar Kleinigkeiten in Photoshop machen. Ich habe das Bild schon gemacht. Das hat vielleicht so um die zwei Stunden gedauert. Auf jeden Fall die Retouche, dass wir die ganzen Schrauben und die ganzen Details von dem medizinischen Skelett wegkriegen. Das ist ganz wichtig. Und dann muss natürlich hier mit Struktur überlagert werden. Und dann werden die Knochen richtig authentisch aussehen. Wie gesagt, das gibt es zu sehen auf meinem DVDs Kunstwerk aus Urlaubsfotos 2 und Kunstwerk aus Urlaubsfotos 1. Also da werden diese Techniken an anderen Beispielen sehr detailliert erklärt. Und ja, mit diesem Bild haben wir jetzt alles in Kamera Roh soweit geschafft. Und ja, das sieht schon mal sehr gut aus.